Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf dem ARD Sandogeen und heute spielen wir mal wieder ARD-Videos mit dem ARD-Videos Dings, äh wie heißt das? Ein bisschen Minecraft spielen, allerdings hat das nicht ganz so funktioniert Inventar Nahrung ist noch im grünen Bereich Ich weiß gar nicht mehr wo ich bin Achso ich muss hier noch Auf jeden Fall pflücken wir hier mal ein bisschen Essen Ey Jetzt So Ich weiß auf jeden Fall dass hier irgendwo Haie sind Und Ich frag mich ob der mir was tut Oh Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt Der kommt Ah Siehste Ja Junge, was soll man denn machen? Wurde ist getötet von einem Megalodon Ah ja natürlich Äh Ach Junge Jetzt bin ich in der bestorben Das ist doch langsam echt ein Schrott hier ey Scheiß Das ist doch langsam hier ne echten Scheiß Kackspielen Sondern man steht jede Sekunde wenn man irgendwo hin will Wo man hin muss Langsam macht dieses Spiel Kein Problem Langsam macht dieses Spiel Also langsam macht dieses Spiel echt kein Problem Naja Muss man ganz klar sagen So Jetzt hab ich ein Feuerstein Ich brauch noch Stroh Sieben Ich mach noch so habe ich es jetzt hier so weg warte, was brauche ich um diesen Sperrheel zu machen ah, Feuerschein, okay dann suche ich mal kurz nach einem Stein so kann ich nämlich den Feuerschein äh, den den hier machen also hier rüber kann ich nicht, oder? guck mal, was ist das? das ist ein Hai, alles klar natürlich guck mal, war das knapp? ja, das war echt knapp, gerade jo, was ist das? ist das für ein Ding? ja, ha, 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 ha Ich hab nicht vom Niemann ich bin der jetzt im Faden ich hab nicht vom Niemann Leder, okay. Äh... Warte, kann ich das jetzt machen? Ne, jetzt brauch ich noch Leder. Ich bin Leder, ja. Ich bin Leder. 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 Fasern. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Ja. So. Ich habe anscheinend wieder einen Punkt. Der rüber und blüte einen. Ja schön, ich kann den aber nicht benutzen. Oh, das kann ich nicht benutzen. Nee. Ich habe ihn nicht benutzen. Ich sag mal so, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich habe ihn nicht benutzen. Oh. Oh, Junge. Der hatte mich auf jeden Fall fast. Feuersteinbruchstein. So. Und Fasern. Ich kann nicht benutzen. Ja. Ey, das ist ganz schön anstrengend. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's. Wenn ihr im Video seid, soll ich gerade was. Gerne mal ein Liken. Schreibt noch gerne in den Kommentaren was. Und wir sehen uns im nächsten Video. Auf jeden Fall dann mal auf Ade. Euch. Ciao. 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 Gradесть我的片 odcinkion. Euer Euer Christian. Ciao.